Useful German dot com etwas Zucker hinzufügen etwas Zucker hinzufügen Sao shi Jungsterben Jungsterben Ein Autofahren Ein Autofahren 保持平衡 Das Gleichgewicht halten Das Gleichgewicht halten Mit jemandem übereinstimmen Mit jemandem übereinstimmen Mit jemandem übereinstimmen Aufmerksam zuhören Aufmerksam zuhören Aufmerksam zuhören Ein Telefon Ein Telefon Mit jemandem übereinstimmen Eine Bank ausrauben Eine Bank ausrauben Aufmerksamkeit Ärger machen Für Unruhe sorgen Ärger machen für Unruhe sorgen. Geld leihen Geld leihen jemanden vermissen jemanden aus einer Gruppe ausschließen jemanden aus einer Gruppe ausschließen jemanden aus einer Gruppe ausschließen in einer Fabrik arbeiten in einer Fabrik arbeiten zoukai weggehen weggehen 策划婚礼 eine Hochzeit planen eine Hochzeit planen sich Wissen aneignen sich Wissen aneignen einen Marathon laufen einen Marathon laufen einen Marathon laufen ein Selbstporträt malen ein Selbstporträt malen ein Selbstporträt malen ein Produkt verkaufen ein Produkt verkaufen ins Ausland reisen ins Ausland reisen ins Ausland reisen wenn es nichts wäre ein Schlafen 5 8 5 5 5 6 7 7 schweigen einige Schwierigkeiten haben einige Schwierigkeiten haben ein Auto besitzen etwas zerstören jemanden beleidigen jemanden beleidigen die Fingernägel schneiden die Fingernägel schneiden eine Akte anlegen eine Akte anlegen Händchen halten Händchen halten sich an ein Publikum wenden sich an ein Publikum wenden ältern unterstützen ältern unterstützen ältern unterstützen stratein z 沒有 kt Händeschütteln die ganze Nacht lernen. die ganze Nacht lernen. einen Diamanten stehlen. einen Diamanten stehlen. einen Diamanten stehlen. ein vorschnelles Urteil fällen. 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 ihre Haut berühren. ein vorschnelles Urteil fällen. 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 die Wahl gewinnen. die Wahl gewinnen. ein vorschnelles Urteil fällen. ein vorschnelles Urteil fällen. ein vorschnelles Urteil fällen. ein vorschnelles Urteil fällen. eine Lüge erzählen. mit jemandem tanzen. mit jemandem tanzen. eine Nachricht ignorieren. eine Nachricht ignorieren. eine Nachricht ignorieren. die Arbeitslosigkeit reduzieren. 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 klavierunterricht nehmen. Jemanden angreifen. Nichts wissen. Nichts wissen. Nichts wissen. Jemanden verprügeln. Jemanden angreifen. Einen Präsidenten des Amtes entheben. Einen Präsidenten des Amtes entheben. Jemanden imitieren. Nachmachen. Nachäffen. Jemanden imitieren. Nachmachen. Jemanden verärgern. Fang-da-Zao-pien. Jemanden imitieren. 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 jemanden zum Flughafen begleiten. jemanden zum Flughafen begleiten. Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit erregen. jemanden beißen. jemanden beißen. ein Erdbeben überleben. ein Erdbeben überleben. ein Erdbeben überleben. eine Waffe tragen. eine Waffe tragen. eine Waffe tragen. ein Geheimnis bewahren. ein Geheimnis bewahren. ein Geheimnis bewahren. eine Fliege töten. eine Fliege töten. eine Fliege töten. eine Fliege töten. an der Tür klopfen. an der Tür klopfen. eine Fliege töten. 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 um Gnade betteln. ein Lied herunterladen. 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 einen Namen schreien jemanden mit jemand anderem verwechseln jemanden mit jemand anderem verwechseln ein Risiko tragen ein Risiko tragen Menschen unterdrücken Menschen unterdrücken die Welt erforschen die Welt erforschen ein Thema diskutieren einer Versuchung widerstehen einer Versuchung widerstehen einer Versuchung widerstehen einer Versuchung eine Option wählen eine Option wählen einen Test wird nicht bestehen eine Prüfung bestehen eine Prüfung bestehen bis 10 bis 10 zählen bis 10 zählen einen Stimmzettel einen Stimmzettel einen Stimmzettel abgeben Schlecht riechen Schlecht riechen Schlecht riechen Schlecht riechen Niemanden zurücklassen Niemanden zurücklassen sie sich mit dem Lehrer streiten. Sich mit dem Lehrer streiten. Das Alter einer Person erraten. Das Alter einer Person erraten. Einen Frosch küssen. Einen Frosch küssen. Einen Frosch küssen. Einen Frosch küssen. Einen Freund umarmen. Einen Freund umarmen. Einen Frosch küssen. 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 Einen Frosch kümmert. Einen Frosch kümmert. Einen Frosch kümmert. Kopfschmerzen haben. Kopfschmerzen haben. Ein Angebot zurückziehen. Ein Angebot zurückziehen. Ein Angebot zurückziehen. Ein Angebot zurückziehen. Sich bei jemandem für etwas entschuldigen. Paukei. Zur Seite treten. Zur Seite treten. Mit dem Rauchen aufhören. Mit dem Rauchen aufhören. Mit dem Rauchen aufhören. 失去控制. Die Kontrolle verlieren. Die Kontrolle verlieren. Mit dem Rauchen aufhören. Ein Lied singen. Ein Lied singen. Lilien singen. Mit dem Rauchen aufhören. Je man den beerdigen. Je man den beerdigen. einen Kandidaten unterstützen. Wie ein Erwachsener verhalten. Sich wie ein Erwachsener verhalten. Gut riechen. Gut riechen. Gut riechen. Eine Aufgabe in sieben Tagen erledigen. Eine Aufgabe in sieben Tagen erledigen. Eine Aufgabe in sieben Tagen erledigen. Sich im Wald verstecken. Sich im Wald verstecken. Zähne putzen. 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 Die Tür schließen. Zähne putzen. Zähne putzen. Zähne putzen. Zähne putzen. Zähne putzen. Eine Geisel befreien. Zähne putzen. wie man jemanden zu einer gesunden Ernährung ermutigt. einen Fehler zugeben. einen Fehler zugeben. einen Fehler zugeben. jemandem applaudieren. jemandem applaudieren. niemals aufgeben. niemals aufgeben. niemals aufgeben. ein Projekt organisieren. ein Projekt organisieren. eine Firma gründen. eine Firma gründen. einen Krankenwagen rufen. einen Krankenwagen rufen. einen Krankenwagen rufen. einen Krankenwagen rufen. jemandem verzeihen. 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 ein Orchester dirigieren ein Orchester dirigieren auf etwas angewiesen sein auf etwas angewiesen sein auf etwas angewiesen sein 填表格 ein Formular ausfüllen ein Formular ausfüllen Geld verdienen Geld verdienen sich eine friedliche Welt vorstellen sich eine friedliche Welt vorstellen ein Land regieren ein Land regieren ein Land regieren ein Land regieren zuerst fertig werden ein Dokument übersetzen ein Dokument übersetzen Deutsch unterrichten Deutsch unterrichten ein Land regieren eine Tasse Kaffee anbieten. Eine Tasse Kaffee anbieten. Einen Geburtstag feiern. Einen Geburtstag feiern. Einen Geburtstag feiern. Einen Verbrecher verhaften. Einen Verbrecher verhaften. Einen Verbrecher verhaften. Einen neuen Nachbarn grüßen. 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 Verrückt werden. Verrückt werden. Verrückt werden. Verrückt werden. Pflanzen gießen. Pflanzen gießen. Pflanzen gießen. Verrückt werden. Anwalt werden. Anwalt werden. Verrückt werden. Probleme vermeiden. Probleme vermeiden. Probleme vermeiden. Verrückt werden. Verrückt werden. Öffnen! ein Buch drucken ein Taxi nehmen ein Taxi nehmen jemanden bewundern jemanden bewundern eine Frage beantworten die Welt verändern 遲到 zu spät kommen zu spät kommen zu spät kommen nach Hause zurückkehren nach Hause zurückkehren nach Hause kommen zu spät einen Brief lesen einen Brief lesen zu spät kommen zu spät deinem Herzen folgen deinem Herzen folgen wie ein Kind weinen wie ein Kind weinen wie ein Kind weinen die Wahrheit entdecken die Wahrheit entdecken ein Flugzeug besteigen ein Flugzeug besteigen ein Ei braten ein Ei braten ein Ei braten die Konsequenzen die Konsequenzen ignorieren die Konsequenzen die Konsequenzen sich ein Zimmer teilen die Konsequenzen den Krieg erklären den Krieg erklären den Krieg erklären die Wäsche trocknen die Wäsche trocknen 犯法 ein Gesetz brechen ein Gesetz brechen 不傷害任何人 niemanden verletzen niemanden verletzen 遵守規則 sich an die Regeln halten sich an die Regeln halten die Anstrengungen vervielfachen die Anstrengungen vervielfachen die Anstrengungen vervielfachen 統治世界 die Welt beherrschen die Welt beherrschen die Welt beherrschen die Welt beherrschen eine Regierung bilden eine Regierung bilden die Welt beherrschen die Welt beherrschen einen Anreiz schaffen einen Anreiz schaffen in planning die Mentalität verstehen die Mentalität verstehen Den Satz wiederholen Andere Religionen respektieren jemanden verraten jemanden zwingen, etwas zu tun jemanden zwingen, etwas zu tun jemanden zwingen, etwas zu tun ein Ziel erreichen ein Ziel erreichen 问问题 eine Frage stellen Siehenzue Blutspenden Blutspenden ein Glas leeren ein Glas austrinken ein Glas leeren ein Glas austrinken ein Glas leeren ein Glas lösen das Problem lösen eine Brücke bauen. ein Ziel verfolgen eine Gebühr erheben. eine Gebühr erheben. sich schuldig bekennen sich schuldig bekennen ein Papierflugzeug falten ein Papierflugzeug falten ein Papierflugzeug falten ein Kundenbedürfnis befriedigen ein Kundenbedürfnis befriedigen ein Kundenbedürfnis befriedigen ein Leben retten ein Leben retten die Musik anhalten auf einen Baum klettern auf einen Baum klettern auf einen Baum klettern ein Loch in den Boden graben ein Loch in den Boden graben ein Loch in den Boden graben jemanden begehren jemanden begehren jemanden begehren an einer Depression an einer Depression leiden an einer Depression leiden an einer Depression leiden nach Paris nach Paris umziehen nach Paris umziehen sich persönlich treffen sich persönlich treffen sich persönlich treffen sich persönlich treffen an eins mit einer connecting einnehmen 4 sein dein Zimmer dekorieren sich um eine Stelle bewerben sich um eine Stelle bewerben sich schämen jemanden herausfordern jemanden herausfordern die Gewinnspanne berechnen die Gewinnspanne berechnen 遵守法律 eine Person beschreiben eine Person beschreiben nicht niemanden verletzen niemanden verletzen ein einem Freund vertrauen einem Freund vertrauen einem Freund vertrauen eine Person beschreiben jemandem helfen jemandem helfen die Gewinnspanne die Gewinnspanne die Gewinnspanne einen Kuchen in Stücke teilen einen Kuchen in Stücke teilen einen einen Kuchen in Stücke teilen die Gewinnspanne die Gewinnspanne die Gewinnspanne Deutsch lernen Deutsch lernen über etwas nachdenken über etwas nachdenken über etwas nachdenken eine Region befrieden eine Region befrieden eine Region befrieden eine Region befrieden einen Wendepunkt darstellen einen Wendepunkt darstellen das Ziel erreichen das Ziel erreichen das Ziel erreichen eine Sprache sprechen eine Sprache sprechen eine Sprache sprechen zum Beispiel die Wendepunkt für die Glocke die Glocke das Passwort vergessen 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 zu Gott beten die Zukunft vorhersagen die Zukunft vorhersagen die Zukunft vorhersagen die Stadt wieder aufbauen die Stadt wieder aufbauen die Straße überqueren die Straße überqueren eine Datei suchen eine Datei suchen eine Option wählen eine Option wählen eine Option wählen mit der Polizei kooperieren mit der Polizei kooperieren die Straße überqueren sich hinknien sich hinknien sich hinknien sich hinknien den Verdächtigen identifizieren den Verdächtigen identifizieren den Verdächtigen den Verdächtigen identifizieren den Verdächtigen identifizieren jemanden überzeugen jemanden überzeugen etwas zu tun jemanden überzeugen ein Bild malen ein Bild malen ein Bild malen ein Bild malen an Gott glauben an Gott glauben an Gott glauben an Gott sei an Gott sei an Gott sei an Gott sei an einem Treffen teilnehmen einer Gruppe angehören ein neues Produkt ankündigen einen Film ansehen einen Film ansehen Baohan-Fu-Zi Gluten enthalten Gluten enthalten eine Kerze anzünden eine Kerze anzünden 管理小組 ein Teamleiten 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 Von der Waren aus einem anderen Land importieren eine Einladung annehmen eine Einladung annehmen Jemanden willkommen heißen jemanden willkommen heißen jemanden willkommen heißen ein Buch kaufen zahmen die Tür zuschlagen die Tür zuschlagen ins Mikrofon schreien ins Mikrofon schreien liu gau mit dem Hund spazieren gehen mit dem Hund spazieren gehen über etwas reden über etwas reden jemanden jemanden zu einer Party einladen jemanden zu einer Party einladen mit dem Hund spazieren mit dem Hund spazieren mit dem Hund spazieren anfangen zu verstehen anfangen zu verstehen mit dem Hund spazieren sich wie eine die Prinzessin kleiden die Prinzessin kleiden knackern desapareieren sich weiterbilden ländern sich weiterbilden sich weiterbilden sich selbst zu bilden Meine Haare färben. Meine Haare färben. Meine Haare färben. färben. den Stecker ziehen. den Stecker ziehen. den Stecker ziehen. eine Brille tragen. eine Brille tragen. eine Brille tragen. eine Brille tragen. illegale Schusswaffen beschlagnahmen. illegale Schusswaffen beschlagnahmen. ein Verbrechen gestehen. 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 Gewichte heben. Gewichte heben den Reisepass scannen den Reisepass scannen eine Umfrage durchführen eine Umfrage durchführen das Bad putzen den Blutdruck messen den Blutdruck messen 每天練習 täglich üben täglich üben das Schlimmste erwarten das Schlimmste erwarten das Schlimmste erwarten ein Wort buchstabieren ein Wort buchstabieren zum Mond fliegen zum Mond fliegen eine Datei übertragen eine Datei übertragen versprechen versprechen zu helfen versprechen zu helfen ein Auto reparieren ein Auto reparieren sich wie ein Kind benehmen sich wie ein Kind benehmen sich wie ein Kind benehmen Böse Geister vertreiben Böse Geister vertreiben Böse Geister vertreiben ein Darlehen ein Darlehen gewähren ein Darlehen ein Darlehen gewähren eine Pause einlegen eine Pause einlegen eine Pause einlegen ein Darlehen ein Darlehen Reis kochen Reis kochen Reis kochen Briefmarken 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 sammeln Einen Abfel Einen Abfel essen ein Tier füttern ein Tier füttern für Gerechtigkeit kämpfen. 拒绝请求 eine Bitte ablehnen. einen Stein werfen. einen Stein werfen. einen Stein werfen. ein Unternehmen leiten. 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 eine Datei oder einen Ordner löschen. ein Unternehmen leiten. ein Unternehmen leiten. einschlafen eine Nachricht senden 消化食物 Essen verdauen Essen verdauen 为某事辩护 etwas rechtfertigen etwas rechtfertigen 写邮件 eine E-Mail schreiben eine E-Mail schreiben 允许某人做某事 jemandem erlauben etwas zu tun jemandem erlauben etwas zu tun eine E-Mailung eine E-Mailung über etwas äußern eine E-Mailung über etwas äußern eine E-Mailung 加入政党 eine E-Mailung eine E-Mailung eine E-Mailung aufbauen Vertrauen aufbauen Vertrauen aufbauen UsefulGerman.com Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!